Hallo, schönen guten Tag. Viele Grüße aus dem Kaffee-Express. Heute hier von einer Bundesstraße. Wir sind schon im Harz-Vorland. Und wir sind auf dem Weg nach Osterode am Harz. Wir haben jetzt Anfang April. Es sind 19 Grad plus. Ja, schau mal. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abo dalässt, damit du zukünftig keine weiteren Folgengeschichten aus dem Kaffee-Express verpasst. Erstmal viel Spaß. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt links abbiegen und sofort rechts abbiegen Jetzt rechts abbiegen Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bitte in 400 Metern links abbiegen und danach rechts abbiegen Jetzt links abbiegen und danach rechts abbiegen So Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen bis hier Wir machen nochmal kurz einen Abstecher Viele Grüße hier aus Katzenstein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal